Bist bestimmte Tochter. Kann nicht anders sein. So, und da sitzen jetzt irgendwelche Geister in diesem Schloss, hm? Dann solltet ihr eine Schamanin fragen. Mhm, die kann das. Was kann jener? Na, mit Geistern reden. Ja, oder die rufen oder wegschicken oder so. Erstmal bliebe zu beweisen, dass dort Geister sind. Wenn das keine sind, ist es eine entspannte Nacht. Und deshalb sollten wir weitergehen. Wir sollten nicht zu viel Zeit verschwenden. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wenn ihr euch unterhalten wollt, dann solltet ihr auch mit den Goblins mithalten. Was ihr für ein Tempo habt. Ja. Blinkt wieder Wind. Ja, ja, unsere Wildschweine, das sind schon betüchtige Viecher, hm? Von Hand aufgezogen. Nicht wahr, Grogl? Genau. Mhm. Von wessen Hand? Nee, von uns selber. Okay. Weil es sind Schlachtschweine, müsst ihr wissen. Schlachtschweine? Ja, in die Schlacht reiten die. Ich hab gedacht, für Schlachtfest. Äh, nee. Ja, lasst uns aufbrechen, bevor es zum Glück wird. Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich gucken? Das ist doch meine Meinung. Nicht, wenn es dunkel ist, nee. Dann siehst du ja nichts. W-Was? Ja, also... Ja, also... Ja, also... Wenn, wenn kein Licht da ist, dann, dann, äh, seh ich nix. Wieso sollte ich denn, äh, was, was sehen denn dann? Da ist doch kein Licht. Ähm, darüber hab ich noch nie nachgedacht. Hm. Aber, ähm... Kannst du im, äh, der Dunkeln was sehen? Ja. Oh. Das erklärt, warum diese diebischen Dinger immer in der Nacht auftauchen. Äh, welcher diebischer Dinger? Ich zeig auf euch. Also, ihr gebt euch auch wirklich keine Mühe, nett zu sein. Also wirklich. Ich bin gar keine Diebin. Ich bin Handwerkerin. Und ich bin Jäger. Mhm. Und Krieger. Das ist ja das Gleiche. Krieg ist ja Jagd. Ich schaue euch unglaubwürdig an. Also, ich, ich bin Bauer. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. Ich bin Schaffrüchte. Ja, was macht ein Bauer? Ich, ich, ich passe auf Schweine auf. Und auf Rinder. Und auf Hühner. Und, äh, dann züchte ich mehr davon. Und ab und zu verkaufen wir ein Rind. Und, äh, wir machen auch ein bisschen was im Boden. Wie, wisst ihr? So mit den Haken. Habt ihr das schon mal gesehen? Nee. Ich kenne Haken, die man ins Wasser hält. Ja, nein, nein. Du hackst den Boden. Und dann packst du da so Samen rein. Und dann wächst da eine Pflanze. Die kannst du dann ernten. Habt ihr doch bestimmt schon mal gesehen. Diese Felder, die hier, also hier sind keine. Aber manchmal, so neben den Siedlungen, sind so Pflanzen verwachsen. Ah, diese, 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 diese Flächen mit den leckeren Sachen, die immer die Menschen, wo sie immer wütend werden. Und, und, und mit den, mit, mit diesen komischen Dingern wedeln, wenn man da Sachen wegnimmt. Ja, die Holzstäbe mit den Zacken dran. Ja, genau, genau, genau. So was mach ich auch. Also, hier. Oh. So was weiß der, Krogl. Der ist ein Schamane. Sag ich doch. Der ist ein Schamane. Der ist von meinem Rektor gesegnet. Der weiß das. Ja, aber der ist keine Frau. Oh, vielleicht müssen wir eine aus ihm machen. Geht das? Ich geh mal zu, zu Ronga und, äh, Tau nach hinten. Ich, war es so eine gute Idee, ihn und die Goblins mitzunehmen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich denke, es könnte eine wunderbar, er könnte ein wunderbarer Botschafter für die Goblins sein. Es ist die Überfälle von den Goblins auf die Menschensiedlung zu vereiteln. Klar, Krogl hat da schon seinen Platz gefunden. Aber die Goblins, die scheinen ja eigenartige Wesen zu sein. Habe ich noch nie mit einem unterhalten können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Intelligenz bei den dreien übereinstimmt. So könnt ihr euch weiter unterhalten und, äh, zahlreiche Diskussionen über die, die Intelligenz oder den Schneepi von Bawarokl anstellen. Auf dem Weg, den Straßen entlang folgend, wird das Gras dann mehr und mehr dunkler und Verbrennungsspuren aufweisen. Und irgendwann wird es komplett schwarz und zahlreiche Boronskreuze, beziehungsweise Räder, die dann hier aufgestellt worden sind und von einer großen Schlacht könnten auch einen großen Drachenkadaver, den ihr erkennen könnt, der hier verwesend liegt. Und vielleicht, sie hat zu anderen Zeiten, den Schwein als Futter dienen könnte. Jetzt allerdings weiterhin stinken, mit einem aufgepfollenen Bauch, Gedärme, die rausgerissen sind, liegt er dort verwesend in der Hallinger Tiefebene. Und dann könnt ihr, ja, kurz vor der Nacht erkennen, wie dort das Spukgemäuer, der Raufenberg, vor euch auf, ja, vor euch aufragt. Einige Lichter, die in den Turmruinen zu erkennen sind, als ob da doch irgendwie eine Fackelung hergeht. Aber ansonsten von Menschen könnt ihr nichts erkennen. Ich möchte mal schnuppern, was ich denn hier so im Wind schnuppern kann. Ja, das ist eine schärfe Probe. Ich habe herausragenden Geruchssinn, den rechne ich mit ein. Ja, wie viele Punkte gibt ihr? Fünf. Ich würde übrigens dasselbe tun, nur ich würde mal schauen, ob ich was sehe. Ja, in der Dunkelheit würde ich es dir um fünf Punkte erschweren. Ich würde mal lauschen, ob ich was höre. Lauschen, jetzt werden hier alle Sinne aktiviert. Genau. Ich hätte auch nur Ausschau. Hast du nicht Dämmerungssicht? Gokkelmokkel kann auf alle Fälle ein Tatzelwurm riechen. Die Schlacht ist zwar schon vor vielen Tagen geschlagen, vielleicht vor zwei Wochen würdest du sagen, das kannst du ja riechen. Und seitdem hat sich hier wohl kein weiterer Drache hingetraut. Aber du kannst die Pferde noch erschnuppern, die hier vor einigen Stunden noch entlang geritten sind. Ansonsten gibt es hier aber auch keine Bewegung. Also keine Leichendiebe, die irgendwo auf den Feldern herumirren. Die Leichen unter der Erde kannst du mittlerweile auch nicht mehr riechen. Die sind also auch schon eingetrocknet, eingezogen. Und ich habe nur... Und ich habe nur einen Tatzelwurm erschnüffelt, oder war der Geruch stärker? Es waren mehrere, aber auch den Spuren nach, das können dann die anderen auch bestätigen, es gab hier mehrere Tatzelwürmer und wohl auch sechsbeinig größere Drache mit schwereren Spuren. Das konntest du auf alle Fälle erkennen, aber die riechst du dann auch nicht mehr. Also das sind dann alles so Spuren, die ihr dann eher mit Seen zuweisen könnt. Also die Schlacht ist vor einigen Tagen schon in die Geschichte eingegangen. Wie viel erleichtert mir Dämmerungssicht sind Schärfe? Erleichtert dir nichts? Halbiert dir Schwernis? Halbiert dir Schwernis. Genau, aus fünf machen wir dann sechs in drei. Und hören tue ich nichts Besonderes, oder? Hören... Du kannst im Inneren von Raufenberg, kannst du hören, wie dort jemand geht. Eine Person. Ja, in der Burg ist jemand. Ich dachte, diese Burg ist verlassen. Jemand alleine hier? Ja, da läuft jemand in der Burg rum. Ja, man sieht auch eine Fackel ab und an aufleuchten, aber... Na, ich höre ihn. Oder sollst du mal schauen, was er damit auf sich hat? Aber auch wenn eine Person sollte nicht das Problem sein, die Frage ist nur, wer diese Person ist. So ist es. Wir sollten leise auf die... ...auf das Tor zu schleichen. Und vielleicht können wir uns, wenn wir dieses erst mal passiert haben, besser im Blick machen. Sehen wir die Person. Also in der Burg, das wird ein kleines Kind sein. Ich würde sagen, weiblich und gut... Viele Schritte entfernen. Das könnt ihr hören. Ja. Dann schädigt ein Grogl das hören. Grogl ist ein sehr guter Jäger. Der Beste. Wollen wir uns an dein Kind ranschleichen? Ich glaube nicht, dass er das unterscheiden kann. Wir sollten erst mal gucken, was da wirklich auf uns wartet. Doch, bei einem Jungen würden die Schritte schwerer klingen. Tut mir leid, Herr Goblin, aber... ...wir können nicht auf deinen Gehörsinn vertrauen. Wir sollten vorsichtig vorangehen. Das meine ich gerade auch, wenn es bloß eine Person ist. Und auch wenn... ...ähm... ...du dir da sehr sicher bist... Ich verlasse mich darauf lieber nicht. Und nein. Warum nicht? Wetten macht Spaß. Ich wette... ...ähm... ...einen Huhn, das Grogl recht hat. Das ist ein kleines Kind. Aber wir haben doch gar keine Hühner, also... ...dann können wir doch gar nicht gegenwetten. Er hat doch auch... ...hören wir sogar auf drei Hühner, sobald wir wieder in der Stadt sind. Aber das ist mir gleich ein Hühner, wenn ich recht hab. Ja. Und ihr gebt mir drei Hühner, wenn ich recht hab. Wir haben aber nur zwei. Oder wenn du ein Recht hast. Ich hab ein Huhn gesetzt. Lass uns doch einfach nachschauen. Ja, ihr könnt die... Wir haben drei Hühner. Ihr könnt die 200, 300 Schritte in Richtung der Burg entgegen gehen. Eigentlich unmöglich, dass der Goblin so etwas gehört hat. Bis ihr dann auf das eisengraue Tor zugeht. Was immer noch leicht offen steht. Die Türflügel von Gewalt und Feuer aufgedrückt. Bis ihr dann in dem alten Berg steht. Die Ruinen nach oben gucken könnt. Immer noch Licht scheinen, der von einer Fackel vielleicht ausgeht. Und ein leichtes Tappern, was sich wohl im Inneren abspielt. Mittlerweile ist es stockfinster, immer noch regnet es. Und dies mag vielleicht eine Heimstätte für Geister sein. Sicherlich aber wohl euer Nachtlager, wenn ihr nicht draußen auf den nebelgrauen Ebenen schlafen wollt, wo Drachen gestorben sind. Und einige Krähen, die dort oben noch kreisen und euch misstrauisch anstarren mit ihren schwarzen Augen, die dort noch schimmern. Was wollt ihr tun? Auf jeden Fall scheint der Goblin nicht Unrecht zu haben, weil... Diese Fackel wird wohl kaum die ganzen Tage hier brennen. Also irgendjemand ist hier auf jeden Fall. Sag ich doch, ein kleines Mädchen. Ja, komm. Wir gehen jetzt mal ein wenig Menschlinge, die Hosen voll haben. Ja, genau. Dann gehen wir mal gucken. Stimmt. Sagt uns lieber, wo dieses Mädchen angeblich sein soll. Ja, warte. Wir schauen uns hier mal um. Das ist doch die einzige Möglichkeit. Ja, so stehten wie immer. Sind da Gebäude vorhanden? Also noch intakte, verschiedene? Ne, intakt ist hier wohl gar nichts mehr. Alles wurde wohl irgendwie eingerissen vor einiger Zeit. Du kannst durch die verlassenen und einsamen Gebäudeteile gehen. Viel wohl abgebrannt, wenn es ehemals aus Holz oder Stroh gefertigt worden ist. Nur noch der unheilige Stein, der kränklich nach oben starrt. Wie gesagt, schwarz verbrannt von Drachenfeuer. Ein bisschen angeschmolzen, runtergelaufen. Wirkt auch ein bisschen dämonisch auf dich, würde ich so sagen. Und so könnt ihr dann durch die fremdartigen Gebäudeteile gehen. Bis ihr... Ja, der Goblin kann es immer mal wieder hören. Und immer mal wieder könnt ihr ihr Fackelschein sehen. Aber wenn ihr dann versucht, die Gänge entlang zu eilen und dann der Person zu folgen, ist die Fackel schon wieder in einem anderen Gebäudeteil. Sodass ihr nichts wirklich erkennen könnt. Es ist wirklich geisterhaft. Ihr seid viel zu laut, ihr Menschen. Oder... Oder... Oder es ist... Es ist ein... Viasus Kubu-Kai. Ein was? Was? Nein, Geister. Luft nennt man das. Die sind ganz schnell. Und wuseln umher. Fragen die Fackeln umher? Ich weiß nicht, vielleicht ja schon. Wenn wir jetzt eine Schamanin hätten, könnten wir sie fragen. Mittlerweile tropft auch das Regenwasser über die verschiedenen Leitungen irgendwo mitten um euch herum ein stetiges Tropfen. Pfützen, die sich am Boden gebildet haben, die ablaufen in merkwürdige Höhlen unter dem Berg. Ist hier noch irgendeine Art von Eingang? Vielleicht sollten wir mal leise dahin gehen. Mhm. Ja, wir sollten uns dieses... Wer ja auch immer hier drin ist, wir sollten ihn auf jeden Fall kennenlernen. Da könnte er eine Gefahr darstellen. Das... Am besten wir... Ja? Das Problem ist nur, wie wollen wir jemanden treffen, der anscheinend die ganze Zeit woanders wieder auftaucht. Naja, ihr seid einfach so laut. Dann heißt, ihr geht in die eine Richtung und ich gehe ganz, ganz leise in die andere Richtung. Also wir sollen uns aufteilen. Na, ich glaube, aufteilen könnten wir, aber diejenigen, die sich leise bewegen können, äh, schauen nach... Wer ja auch immer hier drin ist und die anderen kümmern sich, äh, wir ein passendes Lager hier finden. Schaut euch die Ruinen an. Ob noch irgendwas intakt genug ist und uns Schutz bietet. Mit möglichst drei, vielleicht auch vier Wänden. Dann kümmere ich mich um das Lager. Wer hilft mit? Ich würde gerne helfen, falls ihr meine Hilfe... ...nehmen wollt. Auch wenn ich mich nicht sehr gut in der Wildnis auskenne. Guck mal, gehst du auch mithelfen? Ja. Und du hast Essen? Was? Nein, ich kann voll gut schleichen. Ich glaube, es wäre schlauer, wenn ihr beide... ...bei der... ...beim Finden von dieser Person helft. Gut, Koblenz, ich komme mit euch. Ja, dann koche ich uns schon mal was. Aber erstmal brauchen wir dafür eine Feuerstelle. Also, lasst uns erstmal etwas suchen. Da habt ihr recht. So, Ronna, du bleibst jetzt hier. Ja, wir gehen jetzt los. Pssst. Ach, du erinnerst mich an was. Äh, Rogge. Ja, ja, ja. Hier, ich geb dir mal meine Umhänge-Tasche rüber, die schon etwas zappelt. Wenn ich sie reiche. Du kannst nicht zufällig auf meinen Lox aufpassen. Äh, scheinst gut mitieren zu können. Äh, 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 ich weiß ja nicht, ob der Lox mich mag. Also, ich kann's ja mal probieren. Aber ich will nicht versprechen. Am Ende beißt er mich. Also normalerweise nicht. Ja, dann ist ja gut. Ja, dann, äh, dann findet mal dieses, äh, dieses Kind und, äh, was auch immer das ist. Es ist kein Kind, da hab ich gegen gewettet. Keine Sorge, ich weiß, wo man günstig an Hühner kommt. Und zur Not kann ich mich auch noch um den Lox kümmern. Ich käm mich auch ein bisschen mit Tieren aus. Dann ist er in guten Händen. Ja, ja. Ich stelle mich um und laufe dann den, äh, Goblins hinterher, falls sie schon vorgegangen sind. Ja, wahrscheinlich sind sie schon vorgelaufen und steht, wie sie sind. Äh, ihr könnt mal gerne eine Schleichenprobe würfeln und eine Fährten-Suche. Und derweil dürfen die anderen eine Wildnisleben- oder Holzbearbeitungsprobe machen. Und Zimmermann wäre auch okay, um Brennholz zu finden. Denn, wie das ist, wie gesagt, in den schwarzen Trümmern nicht mehr zu benutzen. Ist natürlich dann wichtig, dass man etwas findet, was dann die Nacht über brennt. Irgendwie alte Bücherregale, wenn sie dann noch da sind. Die Schleichenprobe. Ronga ist ungefähr so laut wie alle anderen und könnte auch hinterherrufen. Äh, das gefällt mir, glaube ich, nicht. Warum würfelt der W3 denn nicht? Für den W6. Einfach ein W6. Ja, das ist zweimal Glück. Das heißt, einmal werde ich es einsetzen. Und sich? Äh, ja, nur ein Würfel, ne? Das ist nur vier. Damit sind alle acht Punkte über. So, Gorgel hat er 17 Punkte. Das ist sehr gut. Und die Fährten-Suche sind sechs Punkte. Ihr werdet feststellen, dass es keine Fährte gibt. Nur die von euch selber. Hier ist sicherlich wohl ein Geist zugange. Auch wenn ihr ihn anders benennen mögt. Äh, aber Ronga, wenn er ruhig dann hinterher geht, wird sicherlich alle Geister verschrecken. Noch während ihr Ronga nicht hinter euch habt, könnt ihr etwas erkennen. Und zwar, ihr seid gerade in einen Raum gegangen und könnt dort sehen, wie sich zwei Gestalten dort bewegen. Ungefähr so groß wie ihr, dunkelgewandet und bewaffnet. Was wollt ihr tun? Sofort verstecken. Ja, verstecken und den Speer zur Hand nehmen. Ja. Ihr könnt erkennen, wie sich wohl die beiden Personen aus eurem Blickfeld verschieben und ebenso schnell wie ihr durch das westliche Gemäuer geruscht sind. Sie sind unglaublich leise. Hast du das gesehen, Gorgel, Morgel? Was ist das? Hey, ihr seid ihr ja. Warum versteckt ihr euch? Das sind komische Kapuzen, die Männer. Warte, da drüben. Gorgel, Morgel, Gorgel, ihr könnt erkennen, wie sich eine dritte Person wesentlich größer jetzt ebenso in den Raum geschoben hat und bewaffnet in Richtung von Ronga schaut. Da ist noch eine Person. Ich glaube, sie sieht mich. Hey, wer bist du? Gib dich zu erkennen. Wenn du es so willst, dann kannst du es so haben. Aber ich will das nicht. Und Ronga zieht sein Schwert. Ja, du siehst, wie die andere Person ebenso sein Schwert zieht. Ja, etwas irritiert wechsle ich mal. Waffe mal Glückheit. Untypisch für den anderthalb Händler, den das Schwert in die eine Hand immer mal wieder und schaue auf seine Reaktion. Ja, kann ich machen. Die Goblins auch. Ja, Punktlandung. Wow. Gorgel, Morgel kennt das Geheimnis. Und auch Gorgel, zwar nicht von Menschen gemacht, aber aus dem Meer, aus dem See kennt ihr das. Da ist ein Spiegel. Der ist aber groß. Davor habt ihr euch versteckt. Ronga steht jetzt deutlich entspannter. Ja, da waren zwei gruselige Gestalten, die plötzlich aufgetaucht sind. Hier wird die gruseligen Gestalten. Die dann hier stark aus und mächtig. Genau, bärig. Ja, ja. Während ihr euch zu dritt in dem Spiegel anseht, so ein bisschen in Pose werft, könnt ihr sehen, wie hinter euch eine vierte Gestalt auftaucht. Ja, ich drehe mich um. Ja, ich schaue mal in den Spiegel neugierig, was für eine Gestalt. Ja, ungefähr so groß wie die Goblins, ebenso rot, aber nicht gepelzt, sondern einen roten Umhang gewandet, ein kleines Kind. Mit einer roten Kappe. Ha, drei Hühner. Steht ihr auch hinter uns, wenn ich mich umdrehe? Nein. Ja, dann dreht sich Ronga um und weicht ein bisschen zurück, als das Kind dann wirklich da steht und nicht nur im Spiegel zu sehen ist. Ja. Was, äh, was machst du hier? Du kannst den Wind leicht flüstern hören. Ich suche meine Großmutter. Was sich beunruhigt ist, dass sie ein großes Schlachtermesser in den Händen hält, zumindest im Spiegel. Sehen kannst du sie nicht. Ähm. Bist du der Jägersmann? Ich bin Schafrichter. Was machst du mit den Schafen? Ähm. Ich, äh, das hat rein gar nichts mit Schafen zu tun und vielleicht sollten wir das wann anders besprechen. Warum hast du so große Augen? Damit ich gut gucken kann. Ey, der redet doch gar nicht mit dir, Grogl. Nicht, aber die hat was von Jägersmann gesagt. Nimm das Beil aus der Hand. Sie holt einen kleinen Schleifstein raus und fängt an, das zu schleifen. Ey, das ist aber gar kein netter Geist. Ich hab mal gehört, wenn man laute Geräusche macht, kann man Geister verschrecken. Okay. Willst du pupsen? Mh, äh, äh, nee, 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 grad nicht. Ey, soll ich mal tröten? Während ihr dort vor dem Spiegel steht, können die anderen versuchen, die restlichen verbrannten Holzstücke noch mal zusammenzusuchen. Ein schwarzer, kleiner Haufen, den ihr versucht anzuzünden. Wer hat die meisten Punkte übrig, will ich das nehmen? Äh, Tau mit 1. Mit 1? Nee, das reicht mir nicht. Immer mal wieder ein Streichholz, was ihr versucht reinzustecken, aber mag nicht angehen. So verregnet, wie es ist und so abgebrannt, wie es auch ist, wird das wohl nicht warm. Und, ähm, wenn ihr nochmal nach oben guckt mit dem Städten, Plitschen und Platschen, das wird eine sehr ungemütliche Nacht. Packt euch dicht ein, damit ihr keine Erkältung habt. Oben aus den Turmruinen könnt ihr nicht nur die Krähen hören, sondern jetzt auch noch eine unheimliche Musik, die dort erklingt. Leichtes Flirtenspiel. Das ist interessant. Wo kommt das her? Äh, da, da, das klingt aber, äh, das klingt aber gar nicht gut. Okay. Ich will unbedingt herausfinden, was das ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in Richtung der Flöten gehen und mal gucken, ob ich was finde. Dem schließe ich mich gerne an. Äh, äh, ach so, ja, wir gehen da hin. Natürlich. Was für eine tolle Idee. Das wollte ich ja auch unbedingt machen. Und Bauroge schleift sich auch hinterher. So könnt ihr die nächsten Augenblicke damit zubringen, versuchen der Musik wieder hinterher zu gehen. Aber ebenso wie ihr der Fackel oder den Schritten gefolgt seid, werdet ihr nichts herausfinden. Und auch das Tröten von Grogl und Groglmogl wird euch keine Erlösung bringen, bis ihr dann irgendwann den Spiegel Spiegel sein lasst und nach unten zusammen zurückkehrt. Und es ist mittlerweile Nacht. Die Sterne könnte man sehen am Himmel, wenn dort nicht die dicken schwarzen Wolken hängen würden. Und, ja, Nachtlager sah schon mal besser aus. Die Burg ist wahrlich verflucht.